Heute gibt es mal wieder was für die Anfänger unter euch und zwar werden wir einen richtig coolen GUI-Header bauen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wie gesagt, gibt es heute mal wieder was für die Anfänger unter euch und wir werden wieder mit CSS so ein bisschen was mit dem GUI-Effekt, also so einem gummiartigen Effekt machen. Das Ganze ist ziemlich cool und zwar legen wir so einen richtig coolen Background hinter eure Überschriften. Das Ganze wirkt ziemlich cool auf verschiedenen Blocks oder auch wenn man es detailliert auf einer Seite einsetzt, um Text hervorzuheben. Ansonsten könnt ihr ja mal in die Videokommentare schreiben, wie ihr das Ganze verwendet, ob ihr einen Verwendungszweck seht oder ob es einfach nur eine lustige Spielerei für euch ist. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt oder einfach mal mit anderen reden wollt, ganz oben in der Videobeschreibung, wie immer, einen Link zu Discord. Da könnt ihr der Community Join Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen und ansonsten, ja, gucken wir uns mal an, wie wir jetzt in Herder richtig cool machen. Auf geht's! So, als erstes geht es wie immer mit einer kleinen Live-Demo los. Ihr seht hier schon den Effekt, das ist ganz normaler HTML-Text in einer H1, was heißt eine Überschrift, einfach mit einem richtig coolen Hintergrund. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und wie immer findet ihr eine Live-Demo dazu in der Videobeschreibung. Ich wollte aber sagen, dass dieser Effekt nicht aus meinem Kopf entstanden ist. Und zwar habe ich den auf einem Medium-Post gelesen. Diesen hätte ich normalerweise auch verlinkt, weil ich ein Freund davon bin, wenn man etwas von anderen Leuten benutzt, einfach Credits zu geben, wo die Credits zu geben sind. Dieser Medium-Post existiert aber nicht mehr, was ich sehr schade finde. Allerdings kann ich daran nichts machen, ansonsten hätte ich den verlinkt. Ich wollte das nur gesagt haben, aber jetzt verlieren wir nicht mehr Zeit und legen los und gucken uns an, wie wir diesen Effekt bauen können. So, dann legen wir mal los, wie immer, erst mal mit einer kleinen Erklärung unserer Setups. Hier an der Seite finden wir Chrome und hier finden wir meine Standard-Entwicklungsumgebung, die Index-HTML und die Style-CSS. Die Style-CSS ist dabei noch fast komplett leer. Die Index-HTML ist auch komplett leer. Alles, was ihr hier seht, ist meine Standard-Entwicklungsumgebung. Die seht ihr hier an der Seite. Das ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ich durch alles in dieser Umgebung durchgehe. Alles, was wir für dieses Tutorial brauchen, werde ich hier schreiben oder halt unter diesem Kommentar. In den Presets verstecken sich eigentlich nur ein paar Farbvariablen und dass der Hintergrund hier dunkel wird. Ansonsten legen wir jetzt los mit dem eigentlichen Code und bauen erst mal ein bisschen HTML. So, los geht's mit unserem eigentlichen Code. Und das Erste, was wir hier machen, ist, wir definieren eine Überschrift, natürlich einfach eine H1. Und hier drin definieren wir einen Span mit einer Klasse namens GUI. In dem Moment, wenn wir das getan haben, können wir jetzt entweder dynamisch oder in unserem Fall einfach statisch unsere Überschrift hier reinkopieren. Und jetzt fragt man sich, okay, warum hat der hier denn diesen Span reingepackt mit einer CSS-Klasse namens GUI? Das Ganze hat einen wichtigen Grund. Unsere H1 wird später gestylt. Unsere H1 bekommt eine Weite und wird deswegen quasi viereckig. Also die H1, das Block-Element, das HTML-Element H1, wird viereckig und kann deswegen keine richtige Hintergrundfarbe annehmen, die sich quasi genau an dem Text orientiert. Deswegen brauchen wir ein zweites Element mit einer bestimmten Klasse, damit wir dieses Element ansprechen können in CSS, um dafür zu sorgen, dass der Hintergrund hinter diesem Text liegt und nicht hinter unserer eigentlichen Überschrift. Deswegen brauchen wir hier drin ein Span-Element. Das muss nicht unbedingt ein Span-Element sein, ihr könnt auch ein Diff nehmen, aber man sollte ein Span-Element nehmen, weil das kann HTML-Valitätstechnisch in einem H1 liegen. Ein Diff-Element sollte das eigentlich nicht. Prinzipiell speichern wir das jetzt aber einfach mal ab. Wir sehen jetzt, wir haben hier einen Text, der bekommt schon eine Standard-Hintergrundfarbe durch mein Preset, aber das stylen wir jetzt natürlich erstmal in unserem CSS und damit geht es jetzt weiter. So, nachdem wir unsere Überschrift definiert haben, können wir jetzt weitermachen, das Ganze mal ein bisschen zu stylen. Dafür definiere ich mir hier einfach eine H1-Überschrift und diese H1-Überschrift bekommt einige CSS-Attribute. Als erstes mal einfach eine Weite von 80%. Wenn ich das abspeicher, seht ihr, dass der Text etwas zusammengerutscht ist und nur noch 80% des Parents einnimmt. Außerdem wollen wir, dass der Text ein bisschen größer ist, in unserem Fall 2.5 RAM. Das ist die sogenannte Root-EM-Größe, die sich auf unser Body bezieht und dort auf die Schriftgröße. Was heißt, mein Body hat 10 Pixel Schriftgröße, was heißt, diese 2.5 RAM bedeuten 25 Pixel. Außerdem wollen wir, dass die Linien, also die einzelnen Zeilen unseres Textes, etwas mehr Abstand bekommen. Das können wir über das CSS-Attribut LineHeight erledigen und hier sagen wir als Value 1.7 EM. In dem Moment wird nämlich die Größe ausgerichtet an der Schriftgröße unseres Elements, also 25 Pixel bzw. 2.5 RAM. Und ihr seht, der Text ist jetzt etwas weit auseinander. Wir haben ja innerhalb unseres H1 einen Span vergeben mit der Klasse GUI. Das wollen wir natürlich auch stylen. Als erstes sagen wir hier nämlich meine Schriftfarbe, nämlich Second. Wenn ich das mache, verschwindet unser Text, der ist aber nicht weg, sondern einfach nur in derselben Farbe wie hier der Hintergrund. Und den machen wir wieder sichtbar, indem wir sagen Background Color CI Blue. Das ist bei mir einfach eine Farbvariable, die hier oben aus Presets kommt. Das kann natürlich in eurem Fall auch einfach ein Hexcode sein, ein RGB-Code oder eine andere Art der Farbzuweisung. In dem Fall ist das hier wieder sichtbar und wir können weitermachen, nämlich mit einem Padding. In unserem Fall sage ich 3 EM. Wir richten also die Größe unseres Abstands auch wieder an der Schriftgröße aus und dadurch sehen wir, dass etwas aber noch nicht ganz stimmt. Und zwar hier haben wir unser Padding. In der letzten Zeile haben wir auch unser Padding und hier unten und hier oben haben wir ebenfalls unser Padding. Allerdings hier an der Seite bei eure und hier unten eurer Website und hier auf den beiden haben wir keinen Abstand. Und das ist natürlich nicht so wirklich richtig. Und das können wir aber mit einem weiteren CSS-Attribut erledigen. Und zwar sagen wir Box-Decoration-Break und hier Clone. In dem Moment, wenn wir das machen, passiert hier aber nichts. Und zwar brauchen wir hierfür noch ein Prefix, und zwar WebKit für zum Beispiel Chrome. Wir benutzen hier gerade Chrome. In dem Fall muss ich das also noch hinzufügen. Drücke auf Speichern und jetzt sehen wir, dass unser Padding überall greift und komplett einmal um unseren Text umzugeht. Wem dieser Befehl WebKit hier nichts sagt, dabei handelt es sich um einen sogenannten Präfix oder Browser-Präfix, der einen bestimmten Browser anspricht. WebKit zum Beispiel Chrome oder auf Chromium aufgebaute Browser. Und das sollte im besten Fall durch eure Entwicklungsumgebung abgefangen werden. Ich möchte das aber in Zukunft durch meine Umgebung nicht mehr abfangen. Einfach aus dem Grund, da ich in den Tutorials darauf hinweisen möchte. Prinzipiell, wenn der Befehl bei euch aber funktioniert hat, ohne dass ihr den Autopräfix vergeben habt, dann wird eure Entwicklungsumgebung das per Default unterstützen und ihr könnt diese Zeile 14 komplett ignorieren. Ansonsten machen wir jetzt aber mal weiter, weil so wie wir das jetzt haben, wird es noch nicht funktionieren, sondern wir brauchen hier noch einen Filter. Dieser Filter spricht eine ID an, dazu sagen wir URL und sagen hier drin ID und die ID heißt GU. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, passiert aber nichts, weil wir jetzt einen SVG-Filter bauen müssen, mit dem wir quasi unseren GUI-Effekt hier erzeugen können. Und damit machen wir jetzt weiter. So für alle unter euch, die mit dem GUI-Effekt noch nie was gemacht haben, ihr solltet dieses Kapitel unbedingt gucken. Für jeden von euch, der schon deutlich länger meine Videos guckt und wahrscheinlich schon mal eins meiner vielen GUI-Videos gesehen hat, der muss hier nicht wirklich weiter gucken, weil sich dieser Effekt nicht sonderlich unterscheidet. Ich bin aber einfach kein Freund davon, immer auf andere Tutorials andere Videos zu verlinken, sondern einfach so was Kleines direkt nochmal zu erklären. Deswegen sagen wir, wir haben hier ein SVG-Element. Dieses SVG-Element braucht per Default einfach mal eine Weite und eine Höhe. Da das später nicht sichtbar sein soll, sagen wir einfach standardmäßig 0. Außerdem brauchen wir einen Standard, auf den sich dieses SVG-Element bezieht. In diesem Fall ist das einfach der W3.org 2000er Standard und in einer bestimmten Version, in unserem Fall sagen wir Version 1.1. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr hier Grafiken benutzt, die aus Illustrator oder sowas exportiert wurden. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir definieren uns hier eine Dev-Sektion. In dieser Sektion könnt ihr grafische Elemente wie Circle, aber auch Filter definieren, die später, ja, irgendwann verwendet werden sollen und nicht direkt gerendert werden. In unserem Fall, wie gesagt, wollen wir einen Filter erzeugen. Und dieser Filter bekommt eine ID, die wir ansprechen mit GU. Das heißt, hier sagen wir, GU wollen wir später als Filter ansprechen und in unserem CSS nehmen wir genau diese ID. Das heißt, wenn ihr diesen Wert hier ändert, müsst ihr auch den Wert in CSS ändern, damit der Filter weiterhin genutzt werden kann. Das Schöne ist, dadurch, dass wir das hier als Variable definieren, können wir das nicht nur einmal verwenden, sondern überall in unserem Projekt, wo wir gerade Lust darauf haben. Unser Filter an sich besteht aus drei Schritten. Dem ersten Schritt, wir wollen das Ganze weich zeichnen mit einem sogenannten gaussischen Filter. Das nächste ist, wir nutzen die Color Matrix, um den Kontrast zu erhöhen, um aus unserem weich gezeichneten Element quasi wieder mehr Kontrast auszuholen und ein Offset zu definieren, sodass quasi unsere Farben wieder scharf werden, unsere Schrift wieder scharf wird, aber die Ränder weiterhin irgendwie abgerundet und mit diesem schönen GUI-Effekt ausgestattet werden. Hierfür, also als erstes, wollen wir das Ganze weich zeichnen, deswegen sagen wir FE und dann Gaussian Blur. Und in dem Moment, wenn wir das gemacht haben, können wir das hier hinten rauslöschen, das brauchen wir in dem Licht nicht. Und bei Filtern in SVGs geht es immer darum, wir haben einen Input-Wert und wir haben ein Result. Dieser Result-Wert, den nennen wir einfach Blur. Das ist eine Variable, so können wir den quasi gleich weiter durch die nächsten Filter reichen. Und wir haben eine Standard-Variable, die nennt sich Source Graphic. Damit ist quasi das gemeint, wo auch immer wir diesen Filter anwenden. Was natürlich ein Blur trotzdem noch hat, ist eine sogenannte Standard-Abweichung. Das kennt ihr wahrscheinlich aus Mathe, und zwar ist die bei uns 7. Das ist einfach der Wert, wie stark wir das Ganze blurren. In dem Moment, wenn ich hier 100 reingebe, wird das nämlich extrem einfach nur noch ein Verlauf. Und wenn ich hier 0 drin habe, dann verändert es sich nicht wirklich. Das könnt ihr natürlich eurem Belieben anpassen. Das sorgt dafür, wie stark dieser GUI-Effekt eigentlich wirkt. Der nächste Punkt ist, wir müssen das Ganze jetzt wieder scharf zeichnen und quasi den Kontrast erhöhen. Das machen wir über die sogenannte Color Matrix. Und dafür gibt es eine super Seite, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber wir gucken uns die jetzt auch mal im Detail an. SVG Color Matrix Mixer. Und wir sehen hier, wir haben RGB, dann den Alpha-Wert und einen Offset. Und auch hier unten haben wir RGBA, also auch mit dem Alpha-Wert. Und standardmäßig verändern wir die Farben nicht. Also wir sehen hier, Rot hat eine volle Farbe, Grün hat volle Farbe, Blau hat volle Farbe. Wenn ich hier jetzt sage 0 oder 0.5, so zum Beispiel, dann sehen wir, dass das Ganze so einen Grünstich bekommt. Wenn ich das wieder auf 1 mache, sehen wir, Blau ist wieder komplett da. Wenn ich das hier auf 0 setze, dann ist keine blaue Farbe mehr in diesem Bild. Wenn ich das Grün hier auf 0 setze, sehen wir, dieses Bild ist einfach nur noch Rot. Wir wollen aber die Farbe unseres Bildes eigentlich gar nicht verändern, sondern wir wollen den Alpha-Wert verändern. Und wir kopieren uns aber das jetzt einfach mal hier in unser Clipboard und gehen wieder zurück in unseren eigentlichen Code. Und zwar müssen wir jetzt hier ein weiteres FE-Element definieren. Und dieses FE-Element, was wir hier definieren wollen, nennt sich Color Matrix. Und in unserem Fall haben wir hier auch wieder ein Input. Wir haben auch wieder ein Result. Unser Result nennen wir einfach GU und unser Input ist unser Blur. Also was auch immer aus diesem Element rauskommt, stecken wir dann in diese Funktion einfach rein und verwenden das weiter. Wir sagen hier als Mode nehmen wir Matrix. Und das Nächste, was wir haben, ist hier Values. Und Values ist etwas, in Klammern, komplizierter. Und zwar kopieren wir das, was wir gerade aus unserem Editor rauskopiert haben, hier rein. Und das Erste, was wir erhöhen wollen, ist einfach unseren Alpha-Wert. Da sagen wir 25. Und wir wollen das Ganze noch ein bisschen reduzieren. Deswegen sage ich 12 mit dem Offset. Und jetzt sehen wir, dass wir hier eine wunderbare gerade Linie haben und das nicht mehr verblurrt haben. Also unser GUI-Effekt funktioniert schon. Und je nachdem, wie ihr diese beiden Werte hier einstellt, wird sich das Ganze verändern. Jetzt müssen wir noch eine Mischung machen aus unserer Color Matrix und unserem Blur. Und das Ganze machen wir auch wieder mit einem weiteren Filter, nämlich mit FE Composite. Damit bauen wir uns quasi jetzt unseren Filter zusammen. Hier haben wir einen Input-Wert. Aber nicht nur einen, sondern wir haben auch noch einen zweiten Input-Wert. Und wir haben einen Operator. Und der Operator, den wir hier haben, der ist eigentlich per Default immer A-Top. Das Erste, was wir haben hier, ist GUI und das hier oben, was wir haben, ist unsere Source-Graphic. Und in dem Moment, wenn ich das mache, wird quasi unsere Source-Graphic wieder richtig angezeigt. Unser Text ist scharf. Allerdings, das Ganze im Hintergrund wird quasi dahinter aufgebaut. In dem Moment, wenn wir das hier tauschen, das ist nämlich ein Problem, was häufig auftaucht, wenn man damit das erste Mal arbeitet. In dem Moment wird quasi der Hintergrund gar nicht so schön rund, sondern quasi der Text wird einfach verblurrt. Und deswegen ist die Reihenfolge, in was man hier den Input vergibt, sehr entscheidend, damit der Effekt wirklich so funktioniert, wie man sich das Ganze vorstellt. Und das müssen wir jetzt natürlich wieder hier einfügen und das müssen wir gerade ziehen. In dem Moment ist unser Effekt quasi vervollständigt. Das einzige Problem, was man jetzt noch hat, wenn ich hier reinklicke, ist unser SVG-Element ist immer noch zu sehen. Das ist ja ein HTML-Element, was in unseren Quelltext vor, also auftaucht. Was heißt, das ist hier drin. Und das sollten wir noch schnell erledigen, dass das nicht euren eigentlichen Code stört. Dafür gehen wir in CSS und sagen hier oben, okay, wir haben hier ein SVG-Element und dieses SVG-Element bekommt jetzt eine Visibility und die Visibility, die wir haben, ist hidden. Das nächste, was wir haben, ist Position. Position ist bei uns absolut, also wir richten unser SVG-Element auf der oberen linken Ecke unserer Screens aus und sagen Top minus 100% und wir sagen Left minus 100%. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, ist unser SVG-Element, wie ihr seht, nicht mehr in unserem Screen zu sehen, sondern befindet sich hier oben offside und stört eure eigentliche Optik, eure Webseite, euer Projekt nicht. Aber wir haben jetzt hier so einen richtig coolen Hintergrund und je nachdem, was ich hier unten in unseren Hintergrund reinschreibe, also selbst wenn ich hier zum Beispiel einen Zeilenumbruch erzeuge, beziehungsweise wir machen hier mal zwei Zeilenumbrüche rein, seht ihr, dass selbst sowas komplett mit berücksichtigt wird und sich das einfach dynamisch an euren Text anpasst, was ich persönlich einen ziemlich coolen und sehr, sehr einfachen Effekt finde. Und ihr könnt hier mal schreiben, ob ihr das Ganze irgendwo verwenden wollt, ob ihr es irgendwo verwenden könnt oder ob es einfach nur eine kleine Spielerei ist. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort auch jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt oder auch Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.